Hallöchen und herzlich willkommen mit... Hallo? Ich wollte gerade irgendwas Kluge sagen, okay, fuck. Vergott. Hallo bei, äh, Cooking, äh, hier, äh... Cooking with Salad. Abwacht. Was? Cooking is a salad. Immerhin kein Darwoll-Level. Ach, aber wieder irgendwas mit Türen, oder? Oh ja, das ist aber mit hoch- und runterschicken. Das ist gut, das ist super, man kann sich dann aufteilen. So vieles. 200 Punkte. Okay, ja, beim ersten Mal müssen wir es uns eh erst mal angucken. Mhm. Wahrscheinlich. Und so a la. Suppen kochen, okay? Ach du, Saische. Weltraumgucken! Okay, okay, alles klar. Wir schmeißen jetzt einfach alle Pilze hier links in den Raum rein. Okay. Überhaupt alle Früchte, also alles, was ihr kriegt an Gemüse. Ihr könnt es auch rechts reinwerfen, oder? Ja. Nee, ist am besten, wenn ihr links reinwerft, nur. Ja, schön, schön, schön. Weil dann habt ihr einen und wir haben einen, den können wir uns jeweils hochschicken. So, und jetzt schicke ich runter. Genau, okay. Wie genau schickt man? Mit dem Kampff. Ach, ihr könnt nur, wenn das grün ist. Genau. Ach, ich hätte mitkommen sollen. Ich trag einfach rüber. Ach Gott, ihr müsst es schneiden und dann wieder rüber schicken. Okay, dabei können wir doch den hier voll machen. Alter, ich schicke dich mal runter, Nico. Das ist das Beste für uns. Dass du denen mal ein bisschen hilfst. Und dann die geschnittenen Sachen einfach nur in den Raum werfen. Und die Teller können doch hoch. Ihr könnt es auf den Boden schmeißen. Ja, genau. Ja, stimmt. Und die Teller hoch. Nein, Nico, links, links. Wir machen nur links hoch. Ja. Rechts ist nur für Notfälle. Okay, okay. So machen wir das. Mutti, Schüssel, Schüssel. Was? Sorry. Alles klar, aber die Zeit wird knapp. Wir brauchen mehr Tomaten. Ja, du kriegst nachher noch. Soll ich dann hier unten bleiben? Nee, geh hoch zum Stefan. Ja, genau. Jemand muss hochkommen. Ich geh jetzt hoch. Aber jemand sollte auf jeden Fall unten bleiben. Einfach für was. Einer muss uns bleiben. Einer muss ja den Knopf drücken. Es geht ja nicht anders. Jumping Jungs. Jumping Jungs sind da. Aber ich kann jetzt halt nichts machen. Ich glaube, ihr solltet jetzt kochen. Eigentlich sollt. Und einer sollte mir Zeug rein. Ja, genau. Und ich bleibe... Kora, schick mal den Aufzug hoch. Kora. Dann kann ich während die beiden kochen, kann ich schon mal die Rohsachen runterwerfen für dich. Ja, genau. Das wollte ich hier links gerade machen. Aber ist die Suppe fertig. Okay. Dann wird sie... Da. Da. Okay. Wir müssen das so machen. Ein Dings muss ich vollladen und der andere muss ich leer machen. Ja. Vielleicht machen wir so links ist... So links nach rechts Bewegung sozusagen. Aber wir haben zu viele... Also rechts geht es runter und links geht es hoch. Darauf können wir uns einigen. Das brauchen wir. Ach. Okay. Ähm, wenn... Sorry, so viele Tomaten kommen jetzt, aber das hier wollte ich eigentlich. Noch eine Zwiebel und dann genau. Schick erstmal runter. Schick mich runter. Beam me up, Scotty. Moment, Moment, ihr braucht das hier vor allem. Moment, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Okay. Beam me up. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeug. Mhm. Ja. Wir machen uns hier um den Rest. Wir haben aber nichts, aus dem man was machen kann. Wir haben zwei Tomaten. Schick uns den Linken runter. Oh, sorry. Leeren. Den leeren. Ja, stimmt. Ja, kommt, kommt, kommt. Obwohl, Nico, du hättest auch mit runter gehen können, ne? Vielleicht. Nee, wir müssen uns aufteilen. Ihr müsst, wenn... Ihr müsst uns gleich einen neuen runterschicken mit Zeug. Warte mal. Wir machen das so. Ja, ihr müsst erstmal einen hochschicken, damit wir einen haben hier. Richtig, richtig. Deswegen mache ich den hier jetzt leer erstmal. Okay. Ja, Stefan, mach du dann den rechten voll und ich koche hier einfach der Wald oder so. Ich habe euch schon mal ein bisschen was hochgeschickt. So schnell wie möglich einfach wieder runter. Das ist nur ein Champignon zu wenig. Wir haben bloß zwei. Oh nein. Okay, ladet erstmal aus. Ladet erstmal aus. Wenn ihr erstmal ausgeladen habt, dann schickt ihr uns den instant runter und währenddessen macht der andere den anderen voll. Okay, dann mache ich den anderen voll hier. Okay, schick ihn runter. Wir haben alles weiter. Schick den linken runter. Genau. Ja, kommt. Wir machen voll. Ach. Ich habe hier Probleme. Ich struggle hier mit fünf Minuten. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Ah. Entschuldige. Okay, ich schicke euch den rechten runter. Dankeschön. Okay, okay. Wir scheinen langsam ein System gefunden zu haben. Bitte. Ja. Kannst du hochschicken? Jetzt hoch und jetzt hoch. Ich lade aus und du schneidest, okay? Okay. Okay, der letzte Champignon muss hier rein. Leute, die Suppe. Lock, 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 lock. Nein. Doch, nein. Knapp. Ach. Haben wir Mülleimer hier? Wir haben auch keine Feuerlöscher hier. Feuerlöscher. Haben wir Feuerlöscher? Ja. Haben wir irgendeinen Space-Mülleimer? Ah, da. Im Aufzug. So, das Ding kommt hoch. Ach, Mist. Okay. Neu sammeln. Wenn ihr was... Mach den mal einfach weiter damit. Ja, mach den der, Stefan. Wir haben ein Problem. Wir haben zwei Ruckler oben. Boah. Wisst ihr, ich meine? Ja, ja. Vielleicht Alex nach oben kommt oder so, dass zumindest einer, der normal funktioniert, auf einer Etage ist. Ich glaube, es ist zu viel, wenn zwei unten sind. Ich glaube, drei oben macht viel mehr Sinn und einer, der schneidet. Aber der muss ja auch entladen werden. Ja, aber das geht schneller. Ja, aber auch die... Dann stehst du halt unten nur rum und ihr habt... Weißt du, oben muss ja entladen werden, gekocht und beladen. Und ich muss unten nur rausholen, schneiden, reintun eigentlich. Ja. Okay. Ja, das Problem ist diese Phase, wo man alle geschnittenen Sachen reinräumt und dann hochschickt und danach wartet man eigentlich nur. Deswegen würde ich einfach unten bleiben und vielleicht schickt ihr das... Drei Leute oben. Ja, genau. Drei Leute oben und nicht ganz so voll machen die Aufzüge, sondern eher so quasi, dass immer was hochgeht und immer was runterkommt. Okay. Also einfach so voll machen, wie es halt die Bestellung erfordert, oder? Ja, ein bisschen... Vielleicht würde ich schon mehr machen, aber... Okay, ich schicke den gleich mal runter, damit der einer unten... Genau, beladet schon mal den linken. Nach oben kommen kann. Kora, schickst du mich hoch? Ja. Dankeschön. Genau, weil jetzt warte nur ich hier rum. Okay. Genau. Dann schicke runter und dann schnippel ich und wer frei macht. Ich belade hier einfach wie ein Bekloppter. Ja, genau. Ah, das ist gut, das ist gut. Okay, dann würde ich sagen... Und dann schicke ich das quasi einfach im selben Aufzug immer wieder hoch. Okay. Ich kümmere mich einfach hier ums Entladen und Kochen. Und ihr könnt mich eigentlich... Weil einer muss auch noch Teller waschen. Ihr könnt mich immer hoch und runter schicken, eigentlich. So ein Libero. Genau, also ich bin quasi der Typ, der die ganze Zeit entladet und beladet. Okay, ja, das ist gut. Perfekt. Und dann... Okay, okay, dann sag Bescheid, wenn du ready bist, dann schicke ich das runter. Hallo. So. Beam me up, Scotty. Oh, es kommt ziemlich viel an. Okay. Lass mich einfach nur entladen, okay? Ja, ich hol mir noch eine zum Schneiden. Gerne. Du könntest wieder B laden, wenn du willst, oder? Äh, ja. Ja, ihr... Achso, ja, gut, ihr müsst kochen. Bis ich wieder oben bin und dann... Nein, die Teller sind bei euch unten. Ich nehm sie mit. Ich nehm sie mit. Ja, aber dann mach nicht so voll, weil jetzt bist du halt... Weißt du, die haben ja keine Teller. Dann lass das Zeug drin liegen. Hä? Warum? Das bockt mich doch nicht, was da unten ist. Also, du kannst das doch alles schneiden, oder? Ja, natürlich kann ich's schneiden, aber du bist zu langsam. Die warten ja auf dich. Ja, dann schick mich hoch. Also, mit mal Zwiebeln, das brauchen wir erstmal gar nicht. Dann schick mich hoch. Ich... Was sollten wir denn runterschicken? Wir haben doch... Ach, Nico, schick mich mal runter. Ich helf beim Schneiden und hol den Teller. Ne, ich hab noch nicht... Ne, das schneiden ist okay. Ich bin doch da. Hallo. Was ist da? Guck mal, hier sind doch Teller. Ich hab Teller mitgenommen. Ich hab alle Teller. Geschnitten werden muss nicht. Es müssen nur die geschnittenen Sachen reingeladen werden. Dann macht das. Hier die Vollführung. Ich schick den Leer runter, oder? Die haben ja noch voll viel Zeug. Ja. Ja. Teller haben wir. Okay. Ja. Na gut, dann Cora, dann schick mich mal hoch. Ja. Äh. Wo läuft der denn hin? Ja. Okay. Ah. Voll, voll das Durchhinein. Ne, das mit dem Runterschicken, Nico, war keine gute Idee, glaube ich. Genau. Ich mach den nur voll da. Hä? Okay, da... Hä? Das war... Da waren wieder nur zwei geschnittenen Champions drin. Ja, Cora schickt ja auch nur einen Teil davon mit. Ne, gut, der muss runter, oder? Ich hab nix mehr. Jo, schick mich runter. Und, ähm... Cora kann den anderen hochschicken. Ja. Ich hab doch noch ein bisschen... Wach, was... Motzt du mich denn jetzt eigentlich? Ich hab doch nix gesagt. Oh ja, äh? Da. Da werden geschnittene Sachen drin. Ja. Ah ja. Ja. Schneidet du ruhig. Perfekt. Ich lade aus wieder. Ich muss eh rein, wenn ich das... Oh no. Also, ich... Du kannst es mir auch mal was hinwerfen. Lass es mir einfach hin. Ich weiß nicht, ob das schneller geht. Lass es mir einfach hin. Lass es mir einfach hin. Ähm... Ne, wir können nix machen. Wir haben immer nur zwei. Ja, könnt ihr darauf achten, dass ihr von allem auch drei Sachen eingeht und schneidet? Ja. Champignons... Ist nix. Ja, aber wir haben Tomatensuppe hier. Ah, ja. Zwiebel rechts. Zwiebel rechts. Wenn ihr mir den runterschickt, dann kann ich was hochschicken. Ja, Nico. Was stehst du mir weg rum? Alter. Ich stehe hier nur. Ich mach nix. Ja, jetzt hast du... Jetzt hast du einen Pilz in der Suppe. Echt? Äh, ja. Tomaten kommen. Ich muss ja wegwerfen. Im Aufzug sind Müller immer. Kommt eine Tomate. Also für eure Suppe. Hä? Oder hast du die Tomatensuppe erledigt? Nico, geh weg da. Die hab ich erledigt, weil ein Pilz reingekommen ist, aber... Ach so, ja, dann ist es jetzt zu wenig Tomate. Ist gut, gut. Ähm. Fehlt euch eine Tomate? Ich hab hier geschnitten, aber... Ja, Moment. Und die schickt ja mal auf den Rechten runter. Und die irgendeine Tomate rein. Was auch immer du da noch hast. Die Suppe... Schick mich runter. Schick mich runter. Schick mich runter, Nico! Entschuldigung. Wer ist hier aggressiv? Das Spiel ist wirklich gemacht, um Freundschaften zu zerstören. So Tomaten und alles andere kommt. Okay. Wir machen gemeinsam ein Schnibbelchen-Schnabbel. Ich seh schon. Nur mal im Säck. Nee, das war nix. Ja, okay, nee, nee. Aber besser als vorhin. Ja, aber es passiert zu oft, dass wir nur zwei Zwiebeln haben und dann stehen wir halt da. Ja. Und können nix tun. Okay. Okay. Also beim Entladen... Also Alex, sehr gut, wie schnell du das machst, aber auch gezielt machen. Also oben gucken, was man braucht. Ich versuche jetzt auch darauf zu achten, dass ich immer nur drei schneide. Also drei von einem, dann was anderes. Ich glaube, das Problem ist, Cora, du kannst unten nicht alleine schneiden. Das klappt nicht. Nee, das klappt nicht. Wir müssen gemeinsam schneiden. Und immer, wenn ich runterkomme mit einer Ladung, geht einer rein und einer raus, jeweils mit einer Sache. Also wirft eine Sache rein und nimmt eine mit. Das geht viel schneller. Ja, genau. Weil sonst stehen wir uns im Weg. Das sag ich doch. Weil das Problem ist, ja, die ganze Zeit gewesen, ich hab dir ausgeladen. Und du hast die ganze Zeit gesagt, nein, ich will jetzt reintun. Was ich auch verstehe. Ist ja logisch. Aber das müssen wir in Abwechslung machen. Nein, du wolltest ausladen, aber ich hab halt keinen Platz mehr zum Hinlegen. Das ist auch... Ja, weil da ja noch die Ladung ist. Deswegen brauchst du ja beide. Du lädst rechts aus und links lädst du wieder ein. Okay, dann mach mal so. Also, je nachdem, wo der Aufzug jetzt ist, weil wir brauchen ja die Teller oben. Schick einen sofort runter. Von mir aus den rechten. Links fängt ihr an, anzuladen. Aufzuladen, anzuladen. Stimmt ja, die Rohstoffe sind ja bei uns. Und dann schicken wir die Teller mit hoch oder so. Okay, alles klar. Also, erstmal einen runterschicken und die Teller kriegt ihr sofort. Wir schicken euch die Teller. Ich schicke den rechten gleich runter. Ja. Ich belade links mit Tomaten. Ja, genau. Nimm drei Tomaten, ich nehm drei Zwiebeln. Okay. Und sobald du reingelegt hast... Dann Abfahrt. Abfahrt. Genau. Teller sind oben schon noch. Teller sind nach oben. Ihr entladet... Sie sind nach oben, sehr gut. Ihr entladet und schickt uns das Ding am besten direkt runter. Weil dann können wir nämlich alles reinwerfen. Kommt. Sauber. Okay. Ich lade die Sachen ein. Sehr gut. Und mal haben wir auch hier Teller oben rechts. Was ist das? Ah, nee, das ist ein Bad. Okay. Hä? Geht's? Ja, manchmal greift er den nicht, wenn ihr von Boden... Okay, sobald die Tomate links weg ist, den Aufzug hochschicken. Kommt. Und wir beladen jetzt den nächsten. Äh, wir haben... Okay. Oh, sorry. Wir müssen jetzt links beladen mit drei Champignons und drei Zwiebeln. Oh, sorry. Jetzt weiß ich. Ach, einer hätte mit hochgemusst. Ja, belade du. Ich koche. Ah, das geht schon. Das geht schon. Einer beleid... Genau, einer belädt und einer kocht. Wo ist mein Topf? Einer kocht... Äh, der Nico. Äh, der... Sorry, ich hab den... Oh, der wird genau... Okay, links ist schon mal die nächste Tour zum Schneiden. Perfekt. Ich schick den rechten Ocler runter. Ich hab's gleich. Alles gut. Genau, du kannst den schon mal abgeben. Sehr schön. Genau. Okay. Ah, nee, womit mal. Ja, doch, passt schon. Ja, okay. Dann rühre ich jetzt ein, warte. Okay, und ich hol die Sachen. Sobald der letzte Pilz draußen ist, hochschicken. Ja. Wiese. Äh, hup. Wenn wir irgendwas machen hier, nee. Noch nicht. Kommt hoch. Wir haben Pilz und... Ich kümmere mich um die Zelle und so. Ey, der nimmt der nicht. Ja, ich... Ruhklau wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja. Essen kommt hoch. Ja, ich hol mir das geschnittene. Okay. Ach, cool. Ah, das wird doch ein bisschen besser jetzt. Mhm. Digga, nimm halt den Champignon, Alter. Okay. Äh, Stefan, musst du die fettige Zwiebelsuppe raus? Äh, ja. Die fettige. Die fettige. Die fettige. Ich hab ein bisschen viel Öl reingekippt. Oh, sorry, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich den da. Ich verstehe schon, wenn du Kuschel willst. So. Und rechts könnt ihr dann einen, äh, den linken könnt ihr hochschicken. Ey, wenn die Sachen auf... Äh, ja. Links hochschicken und rechts belegt ihr mit. Okay, und links kann ich wieder beladen. Genau. Ähm. Dann mach ich drei Pilze rein. Ja. Und Zwiebel, glaub ich, werden wir auch. Ups, sorry. Er ist in oben. Ja. Okay, mach du noch einen Pilz rein, Stefan. Äh, ja. Ähm, Mist. Ich glaub, für den Pilz ist es zu spät jetzt schon. Ah, stimmt. Aber es kommt eine neue. Die Pilzsucht ist zu spät. Ah, da kommt bestimmt eine neue gleich. Mhm. Moment mal, nee, nee, nee. Pilze hab ich abgegeben. Ja, Mann. Haben wir Punkt bekommen? Ich weiß das nicht. Ja, haben wir, haben wir. Ja. Ich rum ein. Okay. Den linken hochschicken. Ja, der kommt. Pilze haben wir, das haben wir zwei. Zwiebel brauchen wir. Alles gut. Was noch? Tomaten. Äh, vielleicht Tomaten, aber Zwiebel vor allem brauchen wir nicht. So, da kommen wir schon wieder. Okay, ich kann euch ums Kochen wieder. Ja. Zwiebel. Kommt, kommt, kommt alles runter. Okay. Ja, Mann. Jetzt nur mal Zwiebeln runter. Ich glaube, Tomaten haben wir hier. Ja. Äh, tun wir schon. Ach, Moment, ach, sorry. Du hast zu spät gesehen. Jetzt, jetzt kannst du's draufstellen wieder. Danke. Oh, die Suppe schafft ihr noch. Die Shoppinggangsuppe. Nimm Teller? Naja, wir schaffen beide noch. Abwut. Äh, die Helden auf der Musik passt jetzt wirklich grad. Oh ja. Schickt uns den, äh, schickt uns, ah, wobei braucht ihr nicht. Oder? Die Zeit ist 20 Sekunden, darf ich noch mal nichts mehr runterschicken. Ach, vielleicht wird, kann man noch was kochen in der Zeit? Warte, schick hoch, schick hoch, schick hoch. Eine Suppe vielleicht, ich weiß nicht. Äh, ja, nee. Eine Suppe, eine Suppe, eine Suppe, eine Suppe. Wie, das reicht nicht? Ich weiß nicht, die kocht 15 Sekunden oder 10 Sekunden mindestens. Ja. Ja, ja. Fast, Alter. Aber komm, 180, wow. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Uns fehlten noch zwei Punkte. Wollen wir das noch mal versuchen? Ich glaub, wie viel hat uns gefehlt? Für drei Sterne? 20. 20. Zwei Bestellungen. Ja, eine, oder? Kommt drauf an, glaub ich. Weiß ich nicht. Wann du sie ablieferst. Also eine ist, glaub ich, ungefähr 10 plus Trinkgeld. Ach so. Ja. Ja, dann wollen wir das mal machen. Nochmal. Oh man. Wir schaffen das. Also jetzt ging's eigentlich ganz gut. Das war ein Fotoplan. Genau. Ich glaub, es war auch ganz gut, dass vielleicht doch, dass die Ruckleren oben sind, weil wir müssen ja nur noch, äh, abgeben und so. Wir müssen gar nicht so viel. Du ne, ist dann... Einen runter, wir brauchen einen runter. Oh, sorry. Ja, der Rechte kommt, der Rechte kommt. Ja. Damit ihr die Teller bekommt. Genau. Macht währenddessen voll. Äh, okay, raten wir mal, was als nächstes kommt. Ah, perfekt. Richtig geraten. Ja. Okay, ich schick dann schon mal runter, oder? Ja. Und tschüss. Ich bin der Jankis. Aua, aua. Ich bin der Erste. Oh, der Feierlöscher, der stirbt. Kann schon durchschicken. Ich lad aus. Ich tu mal den Feierlöscher rein, weil... Äh, links kommt hoch, ihr könnt voll machen. Jo. Äh, Zwiebel und Tomate muss rein. Ja. Ich mach Tomate. Du lädst rein. Ich auch rein. Oh, guck mal, wie das jetzt geht. Bitteschön. Aber der Clou ist halt echt, dass es immer in den Portionen kommen muss, die ihr braucht. Ja. Nicht irgendwie durcheinander, sondern immer... Ja. Guck mal, wie gut das jetzt ist. Oh, sorry. Okay, ich geh schneiden. Ich bin weg. Jetzt hab ich... Alter, leg die Zwiebel da rein, Digga. Ich lade aus und ab. Gibt's nicht. Greif, immer da rein. Komm, ich liefere Zwiebel ab. Ja. Ihr könnt auch schon voll machen, ne? Links voll machen, genau. Und rechts wunderschicken. Rechts runterschicken? Ja. Ja. Unterwegs. Danke. Zwiebel. Nein. Ich kann nicht springen, ich hab's jetzt gerade gedacht. Alles gut. Okay. Okay. Und jetzt lass die Teller ruhig auf dieser Ablage liegen, gell? Mhm. Dann nimmst du am wenigsten Platz weg. Oh, sorry. Ja. Alles gut. Du kommst aber bitte mit hier. So. Komm hier, Tomate. Ihr könnt voll machen, ne? Links ist ready. Oh, schau. Machst du das, Stefan? Ja, ich mach schon mal voll. Und schick den einen runter. Schick rechts runter. Schau mal. Ach so. Ja. Superheroes. Superheroes. Okay, war da eine Tomate noch. Und noch eine Zwiebel. Ah, okay. Weil du hast Zwiebel eben abgegeben. Ja, die kommen so schnell nach. Genau, genau, ja. Okay. Und jetzt spring ich schon mal runter. Sehr schön. Rechts ist voll. Ja. Nimm ich auch. Nimm ich auch. Nimm ich auch. Kannst du die da runter schicken? Ja. So. Okay, ich schneide jetzt. Jetzt mal ein bisschen Teller. Ja. Krieg mir so weit. Und Tomatensuppe. Tschüss. Abfahrt. So, dann machen wir einfach sechs Champignons rein. Okay, schade. Ach so, ich muss Teller waschen. Ich mach drei Champignons, weil Champignons geschnittenen kommen gleich von rechts. Ach so, ja, ja. Sehr gut. Noch einer. Ich hab's. Okay. Ich bin zusammenhacken. Oh. Viel Spaß. No. Champignone. Die eine Champignons geht gerade flöten. Ach, Mann. Champignone. So, linke Seite. Voll Spaß. Oh, wie kriege ich jetzt die Champignons hier, ey. Das war ein bisschen zu voll, diese Tour. Ja. Oh, sorry. Entschuldige. Werte. Okay. Sehr gut. Perfekt. Und, äh... Links... Tomatensuppe. Mach eine Tomate... Oder mach eine Champignons. Ja. Ja, Tomate. Passt. Tomate. Zack. Superfertig. Fäller. Abgeben. Oh. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Wir brauchen vor allem Champignons. Komm. Kommt alles. Stimmt, die Tomaten können wir uns sparen. Hier. Pass. Leg drauf. Ja, ja, okay, okay. Oh, sorry. Ich hab gedacht, du schaffst das noch durch. Nein. Entschuldige. Ich bin jetzt auch hier. Okay. Gib die Zwiebelsuppe ab. Okay, ich mach schon. Okay. Oh, Leute, zwei Punkte. Nein. Nein. Schneller, schneller, schneller. Mach die Pilzsuppe. Ja, ich hab... Pilzpilz frei machen. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Ach, nee. Egal, das hätten wir nicht gestorben. Scheiße. Hätten wir nicht. Ab... Wieder zwei Punkte. Bei dem letzten Mal hatten wir 20. Jetzt hatten wir noch... Ja, ja, ja. Oh, Mann. Das ist jetzt echt fies. Eine Bestellung, meine Güte. Ja. Das wäre halt nur noch so ein Spucksuppe gewesen, der da gefehlt hat. Ja, ja. Hätt's noch eine verbrannte Suppe reinlegen können, jetzt auch bekommen. Einmal noch so... In den Teller reinspucken. Oh, einen leeren Teller abgeben. Oh. Haben wir es nochmal probiert? Oder ein anderes Level jetzt? Es lief halt echt gut. Wir können auch das hier machen. Einen Punkt mehr. Wie war das? Äh, so ähnlich, oder? Ein bisschen einfacher, oder? Aber wir waren bei dem anderen jetzt eingespielt. Aber mir ist es egal. Okay. Keine Ahnung. Abhört. Wollen wir es nochmal probieren? Ja. Ja, okay. Okay. An einer Stelle, da hattet ihr, glaube ich, zu viel Zwiebel oder Champignons drin. Irgendwas. Da mussten wir suchen. Genau. Ja, wir hatten, es war noch neun Sachen drin. Und ich würde auch sagen, wir legen es nicht auf den Boden, sondern versuchen es da hinzulegen, weil du kannst es einfach hundertmal besser greifen. Ja, das finde ich auch. Okay. Versuchen wir auch dann draufzulegen, okay? Ja, Alex. Weil am Boden ist es manchmal echt beschissen. Kannst du halt echt nicht greifen, wie das da? Kannst du das andere schön schneiden. Ja, genau. Oder damit, okay, dann. Okay. Einmal vollmachen, bitte. Sechs Tomaten. Okay. Okay. Und Abfahrt. Noch eine Tomate? Noch eine, ja. Dann schicke ich runter. Aua. Aua. Die Trappensichter unten. Kannst du unterschicken? Ja, wir prügeln uns ein bisschen. Ich schicke, alles gut. Oh, sorry. Ja, ich war Teller suchen. Ja, hab ich gesehen, ja. Wieso? Mitnimm es doch. Dankeschön. Na, warte mal. Ich tue dir das mal da ohnehin. Nein. Nein, warum schickst du das denn los? Okay, kein Problem. Komm ich nicht, wollte ich nicht. Schmeiß schon mal rechts rein. Kommt wieder. Danke, das wollte ich nicht. Ich wollte die Tomate greifen. Schmeiß es rechts rein. Ich. Ich gebe die Tomate rein. Schnüppelst die letzte und dann alles easy. Einfach auf den Boden schmeißen und hochschicken. Hochschicken. Rechts hochschicken. Links, links. Eine fehlt noch. Jetzt. Ihr könnt links beladen schon die ganze Zeit. Du kannst links beladen. Mach sechs Zwiebeln, Stefan. Genau, mach sechs Zwiebeln. Was? Da geben die Gäste immer bessere Bewertungen, hey. Die geben da immer extra Trinkgeld. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Nö, 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 nö. Komm her. Ey, Turtel-Täubchen. Reißt euch zusammen. Okay. Ja, wir haben gerade nichts zu tun. Da hast du. Da haben wir noch eine Tomate fehlt. Ja, ist schon unterwegs. Gebt dann ab, wenn es soweit ist. Kommt runter. Ich spüge gleich ab. Sorry. Nur zum Spaß umrennen. Nicht, wenn es drauf ankommt. Okay. Tom's Barth. Okay, als nächstes Sexvolle Champignon. Ja. Das sind die nächsten in der Liste. Es ruckelt. Es ruckelt bei mir. Ah. Oh. Okay. 1, 2, 3, 4. Und auf 5. Und. So, 6 Zwiebeln kommen hoch. 6 Zwiebeln rechts. Jetzt Schöpft. 6 Zwiebeln kommen hoch. Ja, mein Kind hat mein Punkt. Ach gut. Oh. Ich packe dir wieder die Sache neu. Ich gehe wieder nach Schmücken. Oh. So, ihr könnt beladen. Mhm. Ja. Da muss rein. Zwiebeln und Tomate. Gut, dass du das schnell hinziffern kannst. Ich brauche immer einen Moment. Gerne. Liegst du am besten auf die Tische. Das geht dann schneller. Ja. Okay. Das eine liegt da jetzt. Ja. Rechts ist Essen. Okay. 6 Maut Champignons kommt hoch. Eier Töufel da oben. Kuschelt nicht zu viel mit den Tomaten. Nein, die Tomate. Die Tomate. Wirf sie einfach rüber den Tresen. Schmeiß die rechts rein, weil ich schicke rechts sowieso gleich runter. Ach stimmt. Rechts. Okay, die eine kommt ausnahmsweise rechts. Okay. Nein, mein System sprichst zusammen. Was? Das ist so vom Boden aufheben, das machen wir echt einen Krampf. Ja. Mein Schiff jetzt. Nein. Nein, ich Idiot. Uns fehlt halt eine Tomate. Ach verdammt. Kannst du das umschütten in den anderen Topf? Nee, geht nicht. Könnt ihr das Rechte einfach hochschicken? Mit dem Nico. Nico, du kannst gleich mit hoch. Okay, sorry. Ich glaube, wir werden jetzt wieder... Schlecht. Oh, sorry. Ja, aber mein Fehler. Diesmal war es echt. Nico, bleib hier. Nimm den... Ja. Okay, schick den Haier hoch. Ausgattung vor mir. So ein Arsch. Aua. Ey, wie klug das eigentlich ist, wenn man die Töpfe mitschickt. Ja. Stimmt, der könnte eigentlich auch direkt so... Stimmt eigentlich, ja. Okay, Teller, Teller, Teller. Nee, das wird... Nee, das tut nichts mehr. Doch, doch, doch. Rechts könnten wir noch abgeben. Nein. Weniger als vorhin. Das ist aber mein Fehler, wirklich. Aber ich glaube auch nicht, dass das so viel mehr wäre. Wir waren irgendwie langsamer dieses Mal. Ja. Wir können ja mal ein anderes Level machen vielleicht, hm? Ja, Team müssen wir so oder so sein. Wir brauchen aber zwei Sterne noch, ne? Ja. Gleise. Nein. Das hatten wir noch nicht. Haben wir irgendwo... Ich geh nochmal... Also bei eins hatten wir, glaube ich, alles, ne? Mhm. Sieht so aus. Ja, gehst nochmal ab. Ah, vier. Oh, hat das gespuckt scheiße. Oh ja. Naja. Doch, das geht, das geht. Lass uns das mal probieren. Das ist doch super. Da können wir zwei Punkte direkt voran. Okay. Und das ist doch super, oder? Ja, bin ich voll für. Oh, ich bin rausgeflogen. Oh nein. Ich bin wieder dran. Wieder da, wieder da. Aber, aber nee, nee, ich bin nicht im Spiel. Hallo. Moment. Neustart. Neustart. Verlassen. Okay, jetzt alle. Okay. Ey, warte mal. Nein, jetzt bin ich nicht da. Oh, Nico. Ich habe nur gesehen, dass meine Farbe drin ist. Nein. Alle A drücken. Einfach nur A drücken. Wer bin ich jetzt? Ich bin nicht mehr grün. Ich bin. Ich bin weithin gelb. Ich bin jetzt oben rechts, Sam. Und ich? Du bist wahrscheinlich links. Achso, doch, da unten. Okay. Okay. Warte, wo ist mein Grumpy? Hier, da. Da, sehr schön. Jetzt habe ich auch Grumpy. Scheiße. Okay, wieso die zwei Grumpys? Ne, Moment, Moment. Das ist das, ihr. So. Wo ist mein Raccoon hin? Raccoon. Ja. Ab ihn. Okay. Die Spieler war ja schon zur Herausforderung. Kurve und ich. Alles klar, okay. Okay, ich bin. Mit wie bin ich hier? Was machen wir hier? Wir machen. Okay. Ihr müsst Sachen runtergehen. Ich habe keine Ahnung. Gib mal eine Tomate runter und gib mal. Ja, das war's. Gib mal eine Tomate runter. Alex, bist du das? Ja. Ich bitte, hallo. Ich sage doch nicht. Ich weiß nie, was ich machen soll. Ähm, nichts. Eigentlich müssen wir den anderen jetzt die Sachen hochgeben. Wir müssen dann schneiden. So geht das. Genau. In der Mitte. Kälte und Tomate kommt runter. Ja, Teig brauchen wir. Genau, Teig oben neben dem Dings. Teig müssen wir auch kloppen, oder nicht? Nein, das darf nicht auf den Teller, glaube ich. Das muss erst in den Ofen. Teig kommt. Nee, nee, nee. Doch, das ist kein Problem. Man kann vor dem Teller in den Ofen rein. Jetzt brauchen wir einen Burger. Dafür brauchen wir Fleisch. Ihr müsst uns Fleisch vielleicht... Ja, leg halt den scheiß Champignons da drauf. Geht nicht. Kann ich machen. Weil das auch eine Pizza ist. Ja, aber da muss er doch drauf, der Champignone. Jetzt habt ihr... Jetzt... Ihr braucht eine Salsicha. Und das ist ein Ofen? Nee, braucht ihr nicht. Hilfe, ich bin gerade mega lost. Habt ihr kein Fleisch? 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 Das brauchen wir nicht. Ja, was dann einfach irgendwo liegen, wo es keinen stört? Okay, Achtung. Okay, ciao. Komm schon, komm schon. Warum kann ich die Pizza nicht? Ah. Da ist schon ein Teller drauf. Okay, so. Nein. Egal, jetzt kannst du sie nicht wieder nehmen. Ja. Okay, das eine ist gemacht. Nein. Okay, holen die andere Pfanne genau. Burger müssen wir auch machen. Das ist ja geklappt. Guck mal, hier kommt Teig für eine Pizza. Teig für eine Pizza? Was wir brauchen ist Käse. Wurst und Käse haben wir auch schon. Haben wir auch schon Curry? Entschuldigung. Da. Wurst. Auf die Pizza oben brauchen wir nur... Ihr braucht Burger. Ihr bekommt Burger. Oh, fuck. Ihr hättet Burger bekommen. Wir sind... Äh, ja. Schickt uns... Schickt uns... Schickt uns... Schickt uns... Schickt uns einmal Salat und einmal... Äh... Pet... Äh... Dings... Ähm... Ja. Diese Dinger da. Boons. Salat kommt. Die... 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 Die musst du nicht schneiden. Und Bun kommt auch. Und noch ein Bun. Zweites. Und wohin? Auf den Teller? Auf den Teller. Genau. Äh... Sollte noch ein Bun gleich kommen. Ich habe noch mehr Aufgabenverteilung wieder oder so. Keine Ahnung. Gott. Okay. Guck mal. Ihr bekommt einen Burger, den ihr abgeben könnt. Burger kommt. Burger kommt. Burger kommt. Yo, 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 yo. Und es kommt noch eins, wo ihr einen, äh, Bann drauf tun müsst. Äh... Äh... Was habt ihr... Guck mal, wir können doch hier schon mal... Warte mal. Was habt ihr denn unten? Ihr braucht, ähm, Käse, Tomate, eine Wurst. Cora macht die Wurst fertig. Äh... Wir, wir haben alle Burger-Zutaten, ihr habt alle, äh... Pizza-Zutaten. Ja, jetzt... Wir haben hier eine fertige Pizza. Das kann man nicht drüber geben. Du kannst links abgeben, du kannst links... Ah, nee. Nein, nee, 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 nee. Ja, 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 dann lass sie einfach da liegen und dann... Dann gibt uns bitte zwei, äh, Fleisch. Äh? Wir brauchen echt einen der Koordinierer. So, keine Ahnung. Genau. Ich nehme das Fleischkuchen. Ich schicke euch mal Salat runter, das scheint auf eine Bäube gebraucht zu werden. Du musst schneiden oben noch. Ja. Warte mal, ich kann ja selbst schneiden hier. Okay, ich schicke euch geschnittene Salat runter. Ihr braucht eine geschnittene Tomate für euch. Was ist das? Eine geschnittene Tomate. Und noch eine Pizza kommt, äh, da kommt auch noch eine Tomate drauf. Genau, auf beide nur Tomate. Und ab in den Ofen. Okay, ab in den Ofen. Beide, äh, ja, noch eine Tomate, noch eine Tomate. Ja, 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 ja. Das macht er grad. Die in den Ofen. Ich behalte das Essen mal hier. Haben wir Teller. Wir haben keine Teller, Herr Amt. Ah, fuck. Okay. Okay, wir sind geliefert. Okay. Also, einer muss koordinieren. Einer muss koordinieren, ja. Aber, aber ich glaube es auch, ja. Also, rechts sind alle Pizza, nee, wir haben rechts die, ihr habt das Ganze, ja. Das heißt, wir müssen euch sagen, was wir für die Pizzen brauchen. Nee, guck mal, wir können die Pizzen eigentlich machen bis auf die Tomate. Das heißt, wir, wir haben euch immer alles einzeln gegeben, aber das ist ja Quatsch. Wir können ja alles schon drauflegen und euch dann immer noch eine Pizza runtergeben, wo die Tomate fehlt. Sehr gute Idee, ja. Sehr gut. Und umgekehrt macht ihr Burger und schickt sie uns runter, weil wir können das Fleisch braten. Genau, also ihr müsst uns einfach nur Fleisch runterschicken, sobald es geht, damit wir das braten können. Und nee, stimmt, eigentlich auch die ganzen Burger, oder Alex? Ich weiß nicht. Ja, also am besten Burger mit Salat drauf und ein Patty. Stimmt, ja. Kann man ja auch alles vielleicht zusammen machen. Ja, nee, nee, weil wir müssen das ja braten, wir müssen das Patty braten. Wobei das, also Salat... Nee, wir haben ja auch ein Schneidbrett oben, das können wir ja auch machen. Ich weiß, aber ihr könnt nicht braten, ihr könnt das Fleisch nicht braten. Ach so, mhm. Deswegen, das ist das Problem. Probieren wir es nochmal. Das kriegen wir hin. Okay. Okay, okay, perfekt. Okay. Wir brauchen Teig, Tomate, Käse. Fleisch. Ich schicke euch Fleisch runter, weil... Kümmerst du dich ums Fleisch? ...mit dem können wir nichts tun. Äh, warum schneidet ihr uns das eigentlich nicht? Dann habt ihr hier schon mal... So, Tomate kommt, Cory? Da war eine Tomate drauf. Das fragt sich halt... Ja, nee, ich weiß, ist es schon auch immer Salat auf den Burger zu legen? Es gibt ja Burger ohne Salat und Tomate. Ja, aber das können wir nicht machen. Das müssen wir unten machen. Ja, aber warum raubst du die dann hinten in die Ecke? Damit wir Platz haben. Wir haben keinen Platz. So, okay, okay. Wir können jetzt schon mal... Nicht einfach irgendwas schneiden. Fleisch vorbereiten, ja. Wir brauchen... Ihr braucht unten gleich einen Bun. Legt euch einen Bun raus. Ja, hab ich schon. Ja. Sehr gut. Und es macht euch Salat, Tomate, Bun fertig. Und ein Fleisch. Deswegen, einer muss koordinieren... Hä, wo ist mein Salat hin? Der ist, glaube ich, gerade im Müll gelangen. Liegt es auch, das Brötchen, was da liegt? Ah, ja. Legt das alles aufs... Nein, ah. Egal, ist okay, ist okay. Wir kriegen das jetzt. Ja, ich... Aber das Fleisch braucht ihr auf jeden Fall. Weg, 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 weg. Ich mach das schon. Okay. Mit Fleisch haben wir... Na, komm. Ich schneide uns gleich mal eine Tomate für die Pizza, die da kommen wird irgendwann. Wir haben doch Brötchen. Abgegeben. Ja. Ähm, ein Brötchen, genau. Und? Ach. Könnt ihr mir dann unterstecken, schon mal abgeben. Ist egal. Könnt ihr mir auch... Könnt ihr auch spannend legen, ich gebe ab. Ihr kriegt... Ihr kriegt... Genau, du musst die Tomate drauflegen und dann... Genau. Und wir brauchen noch eine Teigtomate, ähm, Champignons. Eine Pizza Fungi, meine Güte. Ach, falsch. Bisschen Arbeit. Eine Pizza Fungi, Mensch. Bitte eine Tomate und, ähm... Ähm... Eine Tomate und ein Champignons. Pizza zum Abgeben liegt auf dem Band. Pizza zum Abgeben. CD Nummer 23. Und die Tomate braucht ihr. Für irgendwas. Für die Pizza Fungi. Für die Pizza Fungi. Da ist Pizza Fungi fertig. Champignons. See. Äh, jetzt brauchen wir noch eine Pizza Fungi, bitte. Teig. Oh, wo wird gespült? Teig, äh, links. Links von uns. Ihr könnt die Pizza runter schicken. Die Pizza... Wir haben einen dreckigen Teller. Das können wir auch machen. Ihr könnt spülen. Ihr könnt spülen. Achso, jetzt können wir spülen, Entschuldigung. Das war jetzt mein, ja. Hast schon ein paar Stunden. Bitte, äh, ein Fall Fleisch. Äh, haben wir schon mal. Ihr braucht... Moment. Erstmal die Pizza Fungi. Einmal bitte Fungi. Fungi kommt. Äh, dann bitte noch einmal, ähm... Ein Bun, ein Bun, einmal Fleisch haben wir schon. Bitte einmal Tomate und einmal, ähm, Salat schneiden. Danke. Schickt uns mal einen Bun mit Tomate und Salat runter. Und dann noch... Hier ist eine fettige Pizza. Das machst du, Kofi? Zum Abgeben, ja. Ich gebe ab. Hier ist einmal Fleisch, ein Bun. Wir haben... Mit Salat und Tomate, oder? Ja, mit Salat und Tomate und einmal nur mit Salat, bitte. Danke. Noch eine Pizza zum Abgeben. Ja, si, prego. Einmal Brötchen mit Salat. Ich gebe ab. Das machst du. Ich finde den Teller schon mal mit. Oh, scheiße. Der Salat ist... Den kann ich laufen lassen. Okay, dann lassen wir laufen. Mist. Ich gehe spülen? Ja. Wir brauchen... Noch eine Tomate, noch einmal mit Tomate. Bun mit Tomate. Ein Bun mit Tomate, okay. Hier ist ein Burger mit irgendwas. Ist der fertig? Ja, der Burger ist fertig. Ihr könnt abgeben. Einmal bitte Burger abgeben, danke. Prego. Einmal zur Seite, bitte, Cora. Ist abgeben. Geh weg da. Ich nehme an, ihr braucht dann wieder Fleisch, oder? Ihr bekommt... Hier, ihr bekommt... Hier runter, runter. Kommt, hier, 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 hier. Baller drauf. Nein! Ja, doch, perfekt, gib's ab! Ja! Ja! Jeder Digga! Das war klar. Ich dachte... Fliegt... Oh, 240. 240. Was für ein Move das noch war. Neuer Koch! Ach, guck mal. Mr. Oger. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es ein bisschen einfacher wird. Ha, 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 ha. Okay, ich mache... Keiner lacht. Okay. Von daher, bis so, das war's dann. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017